also der zeigt sich und der ist gewalt gewalttätig gewalttätiger gruppengeist willow street garage oder keller garage ist es wirklich so 18 das 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 O Hier ist das 4-G-L. 1. kellerraum 18 2. kellerraum 14 ja ich habe den raum glaube ich ja hier im flur wir waren gerade 7 grad irgendwo ja jetzt schmeißt das schon mit pinsel der mit pinsel beschmissen die soll hier rein guck ich mache alles aus 8 grad 6 grad ja ich bin auch da ich rede nur nicht das passiert mir wirklich verdammt häufig dass ich mich mute das ist marina und christian auch schon aufgefallen die habe ich auch mal gefragt so bist du noch da hast du wieder lokal geredet ist ja ich habe wieder lokal geredet die ganze zeit anquasseln gewesen und nichts kam bei denen und ich so warum antworten die denn nicht ja auf jeden fall mal 5 bei 1 5 bei der impfen gehe ich stark von aus habe es runter geworfen habe ich 5 bei 5 gesehen da war aber sofort wieder aus macht er noch 80 cent war aber kein ordner also bis jetzt nicht wo bist du wie alt bist du gib uns ein zeichen ja ich habe ich verlaufen ja ich habe ganz ehrlich ich hau mir mittlerweile nur noch ab ich habe immer angst dass in hand ist das gibt es auch bis ich finde scheiße wo bist du wo bist du wo bist du gebe uns ein zeichen was das ist ein hand ist oder nicht ja eben es hat geblinkt und alles war klar und du wusstest okay jetzt ist hand jetzt weißt du es nicht mehr und das ist ätzend finde ich tut mir leid andere herum die das spiel wieder nicht ernst nehmen oder denen das egal ist ob sowas verlieren weißt du die lachen sich dann ein kaputt aus scheiße ich habe gedacht werden event wird das ständnis tot weißt du so ja ich weiß das ist aber auch fix und so was bin ich wieder zu dicht dran ja ne naja alles gut diesmal war alles gut licht an licht aus licht an licht aus licht an licht aus ich habe so lange nicht gedampft ich weiß gar nicht mehr was in meiner dampfe drin ist alter da kann man auch gucken aber ob sich da auch nicht was anderes ist hier nicht zu gebrauchen ja ich gehe mal fingerabdrücke suchen wo sind wir gibt es einen dämon nein da hat ein strom rausgemacht war das oben unten oben ne wir spielen die map so oft der strom ist an dann wollen wir hier mal ich guck mal hier mal vielleicht hier im flur auch irgendwas selbst ja uns wir wir im in so 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 bist du wo bist du wie alt bist du und box also dort buch gefrier oder dots und es ist alles hier habe ich noch zu sehen ich habe keine arten bei dir du bist bei 45 mein freund buch kann das sein dass man mittlerweile für manche dinge wirklich low sanity haben muss weil so langsam ist nicht so dass wahrscheinlich weil wir immer so viel pillen nehmen weil das ist dann das ist dann da kann ich dann wirklich verstehen dass das die schwierigkeit ist bewegungssensor muss noch rein verdammt ja geht davon aus dass du wirklich runter gehen muss um das alles zu triggern wie buch und reden und sowas alles alles kann sofort sein aber ich denke ich denke mal so dass die schwierigkeit darauf gesetzt ist dass sie einfach die das auf eine niedrigere sanity eingestellt haben ja die von aus macht sind auch ne aber jetzt mal aufgefallen die auch ne sonst immer mal hoch mit der sanity und der kam und kam nicht und kam nicht und jetzt sind wir ein bisschen tiefer gehen oder du oder was oder ich ist egal dann macht er mehr action macht ja auch sinn eigentlich aber naja macht schon achte mal du warst gerade bei 40 naja alles gemacht ne so ist durch übrigens buch hatten wir spirite ne ja hab ich so aber diese zehn minuten länger Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist Zeit, der auszeugendes... Okay. Bewegung, Zeuge... Gruppen... Der Name ist in dem... Oh, das ist ein Pico-Verkassier, oder? Ich kann den... Ah, warum haben wir da nicht geguckt? Du gehst dann in den Eckchen nach oben. Hier im Fuhrdruck 10 Grad. Hm. Aber es dauert ja immer, wie man sich jetzt mal einpergelt. Oben. Hm, 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 hm? Küchenbubbel. Aber... Wo... Ist denn eine Küchenbubbel? Aber oben ist kein... Hier ist der Knochen oben, ja, aber... Hier ist nicht, äh... Strom muss oben sein. Der ist hinten in dem... Ne, da ist er eben nicht. Da bin ich ja gerade. Der Knochen ist da, ja. Das hatte ich noch nie. Also, es war bis jetzt immer, dass der an den zwei Orten ist. Ich geh mal... Fall ich irgendwo anders hier noch. Boah, da hab ich den jetzt einfach nicht gesehen, ey. Hä? Ist das doof? Auf jeden Fall ist oben sowieso da Knochen, dann kannst du da gucken. So, das krieg ich ja auch... Buh, Bubbel? Ja, krieg ich den Bubbel. Oh, 8 Grad, Bubbel. 6 Grad. Hä? Das hab ich ja noch nie gehabt, dass der Strom nicht da ist. Stimmt jetzt auch nicht. Hä? Wie geht's da auch? Ja, müssen wir mal in die... Ja? Dann ist der im Kinderzimmer hinten in dem Kapuf. Ich geh von aus. Ich muss ja jetzt zurück. So. Nein. Wieder zurück. Zurück musst du. Geht's da rein? Ja. Hinten durch. Ja, hier hinten im Kapuf. Zeug doch. Ja, genau. Also... Mantra... Immer nachgucken. Wo... das Ding ist. Oh, ich hab die kleine Bubbeli. Ah, ja, ja. Ja. Okay, vor der Puppe hab ich jetzt Angst. Die kann stehen. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Gut, Ort haben wir. So, dann schmeißt das von, äh... Ja, 3M. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Was willst du? Was willst du? Boah, ich seh, was die will. Gruppenspiele. Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Hm. Ähm... Oh, ich spiele das? Ja. Ja. Weißt du? Wenn ich was mache... Ja, Gefrier. Wo bist du? Was willst du? Bist du hier? Nicht mehr sein. Finger, Buch, Box oder Dots. Okay. Gut. Gefrier haben wir. Dann gucken wir nochmal nach Dots. Was? Oder was sind denn die Nebenaufgaben? Ich hab da noch eine zweite reingestellt, übrigens. Da hab ich mir jetzt nichts gesehen. Aufgaben sind Bewegung, Event. Ich nehm' Bewegung mit und ich nehm' Finger mit. Nein. Die Tür ging zu langsam. Fingerabdruck. Ja, immer so. Ein Handtuch. Da ist ja klar ein Spülhandtuch, ne? Hehe. Ah, Handtuch ist alles neu. Ja, da ist ja klar ein Spülhandtuch, ne? Der Gewebensensor hat nicht funktioniert. Ich bin bei 67. Vielleicht den Gewebensensor hat 5.5. Ja, es wird klappen. Ne. War das ein Event? Ne, hat nicht geklappt. Ich habe wieder keine Taschenlampe gehabt, habe ihn nicht gesehen und konnte dementsprechend nicht knipsen. Ich hasse es. Was war es denn jetzt? Handtuch. Küchenhandtuch. Genau. Haben wir alle Aufgaben bis auf... Ja, Foto hätte ich jetzt machen können, Alter. WTF. Egal. Schelle kassiert. Ja. 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 Ich habe die falsche Kamera, die falsche Taschenlampe genommen. Jawohl, ich kann es ja quasi direkt reinwerfen. Ja. Willst du oder soll ich gehen? Egal. Was denn? In den Keller. Ist egal, ich kann direkt durchlaufen. Ok. Oh, der hat schon die Tür aufgemacht. Als Einladung quasi. Ja. Äh, bewegt die dann die Tür? Ok. Boah, die sagt, Keller gibt mir so was von auf dem Zwirn, ne? Hehe. Ja, der Keller ist auch nicht so geil. Ja, dieses Geräusch ist ätzend. Boah, ich muss reden auch voll für kleine Mädchen, ey. Ja, machen wir gleich kurz ne Pause und dann ist gut. Hm. Wir sind auch schon über zwei Stunden dabei. Ja, dann müssen wir uns wieder ne Pause machen. Hm. 17 Grad. 18 Grad. 16. 20. Hm. Wird oben sein, der hat auch oben die Türen bewegt. Ja. Ja. Na, gehen wir hoch. 11 grad im flur ich komme ich habe nämlich keine taschenlampe ja ganz hinten im raum macht ja das ist hinten wieder das der kleine raum der mit dem badezimmer 10 grad keine bubble nix das ist bestimmt er hat strom ausgemacht 11 grad im hier ist es 5er impf ja das ist hier im flur 9 Grad hier. Flurgeist. Gefrier, Buch, Orb oder Dots. So, was haben wir jetzt? Empf und Fingers. Gut, was hat das Buch noch? Gefrier geht noch. Dots gehen noch. Orb geht noch. Box nicht mehr. Wir sind weiter bei... Wir sind beide so bei 70. Obwohl ich hier die ganze Zeit im dunklen Tor wieder rumrenne. Hart. Bei der Fingerprint das haben wir schon mal. ... ... … ... Könntest du Strom anmachen, du hast eine Taschennampe. Ja, warte. Ich gehe schon. Ist das jetzt auch Sprengung oder nicht? Ist das jetzt? Ja, das verstehe ich noch nicht. Gut. Schauen wir mal nach. Dinge. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Lebst du hier? Wohnst du hier? Bist du hier gestorben? Wie viele Geister sind hier? Bist du alleine? Wo bist du? Mati Geist. Wieso sprechen sie da so? Junge? Ist ja raus. Alles recht. Buch, Gefrier, Orb oder Dotz? Ja. Guck gerade noch. Die Hüsen zu hell. Da muss man dann von der Rausdruck mal nicht ausmachen. Und 61 bist du? 50? Ja, so ist besser. Von der Kamera habe ich noch nicht geguckt. Ja, ob sich nicht. An der anderen auch nicht. Aber die Tür ist da auch nicht nur auf, da die eine ist. Die nervt ein bisschen. Ja, dann habe ich sie da. Genau. Ja. Für mich hast du die Trotz ein bisschen zu weit vorne aufgebaut, weil wir da hinten den Firm bei Elf hatten und alles. Ja, den zweiten noch reinknallen. Das ist bei 55. So, gut hast du das Ergebnis auch. Und Trotz. Und dann nehmen wir noch eine Panzertemperatur nochmal mit mir in der Rappen. Und schwengeln mal eine Runde. Ich schwengel mit Absicht nicht. Temperatur liegt oben drin. Ähm. Wo ist meine Taschenlampe? Red mal mit der Box mit ihm. Ach, bringt doch nichts. Nö, brauchst du nö. Ist gut, ich bin bescheuert. Ach was, wie so viele Aufträge wir hatten. Knallen wir nochmal einen hier hin. Zwei Dots. Puh. So. Ach, nochmal. Fingers. Ich glaube, ich habe sie jetzt das zehnte Mal fotografiert. So. Hm. Ah, jetzt ist es schön. Ich bin draußen. Okay. Ich bin draußen. Okay. Ja, Dots sehe ich erstmal nicht. Ob auch nicht. Also ob würde ich schon ausschließen. Wenn der wirklich nur das ist. Das ist ja die Sache. Also nochmal die kleine Handkern nehmen und... Wo habe ich die überhaupt hingelegt? Aber es sind alles normale Handabdrücke, ne? Ja, ja. Obwohl. Oh. Äh. Du könntest bei dir ja eher sehen. Ich kann das ja nicht sehen. Ich auch nicht. Man sieht die nicht. Shit. Die Obake, weißt du? Wir gucken können. Jin, Goryo, Mai Ling. Ja, ihr musst ja eh durch Salz wandern. Also von daher siehst du das ja dann. Ja, stimmt. Dann nehme ich hier so ein... Fingerding mit... Ja, nehme ich. Fingelingeling. Fingelingeling. Jetzt kommt der Honigmann. Der Finger hinten dran. Achso. War das jetzt hier drin oder was? Ja, ja. Okay. Moment. Ich nehme mal so ein Moped. Wollen wir rein? Ja. Nur 8,1... Dann... 17... 2. Das ist hier hinten drin, alter. Hier schmeißt du auch voll die Sachen rum und so. Jetzt ist hier 5 Grad. 3 Grad. Und hier im Flur haben wir 9. 5. Also es könnte auch hier drin sein. Ach, da ist die komische Hand auf jeden Fall. Aber nochmal. Hier, genau. Aber... Hm. Wo habe ich meine Kamera? Fing... äh... Fußabdrück haben wir. 1. Aber nur mal 5. Hm. Da ist jetzt eh näher. Dann nehmen wir mal so ein Stativ mit. Und stellen jemanden rein. Können wir wenigstens da noch so ein Buch reinballern. Aktiver... Geist. Ja. Er ist bei seinen freien 5 Fingern. Äh, ob ist denn dem Row-Own? Ja. Du bist du dann noch, ja. Ja. Ich hab das noch nicht. Das war nicht. Ja. Ich hab das noch nicht. Du bist dann auch nicht. Na... Ja. Ja. ist drin hast du noch was gefunden? Fingerabdrücke gibt ja alles Geld, von daher jetzt 1,20, hier wer ist 4er oder 4er 23 2 grad auf einmal hier hinten hier auch käse können wir jetzt so ein ding hier nehmen und hinstellen so nächste kamera mit finger so schnell ich war vorher noch bei 60 aber finger habe ich genug das ist jetzt die andere irgendwo achso du bist gar nicht da gut nicht gut 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 Ah, cool. Ne, von der Arbeit, den Satz. Hm? Von der Arbeit hat das bekommen, aber nicht immer so. So. Oh, 66, so. Aber ich bin der letzten 13, ne? Richtig assig. Hm. Guckst du jetzt noch mal orten, wenn du mal da bist? Hm. Ja, außer ich gucke da voll. So ist es, muss da eine Frage sein. So ist es, muss da eine Frage sein. Ah,amas啊. So ist es, muss da eine Frage sein. Also den Gen glaube ich nicht, weil wenn man es dem Strop entzieht, wenn man es an den Fähigkeiten findet, dass wir in dem Fall geblieben sind. Es ist also jedes Mal schon ausgerollt, was der da da ist. Der Gäuel ist bei 9, du bist bei 50. Der Gäuel zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera. Hast du den schon gesehen? Nein. Super 50, der ist jetzt bei 6. Wo habe ich meine Kamera? Ach, ich habe sogar nicht mit genug. Ja, was sagen wir? Ich habe keine Ahnung, wer ich gesagt habe. Also den Gin schließe ich aus, weil er auf der Strom getreut hat. Euer Obake oder mein Lingen dann? Obake schließe ich aus, weil wir keine Spuren gefunden haben und er hat genug Fingerabdruck hinterlassen. So, der Obake wäre Empf und Finger. Obake wäre der Orb. Also Orb weg. Das wird auch Sinn, man braucht keinen Sinn. Jin, Goryo oder Mei Ling? Mei Ling? Ja, Mei Ling auch nicht. Mei Ling wäre das Buch. Also ein Jin oder ein Goryo? Jin. Jin. Wenn du neben deinen Strom klaust, dann macht er nicht. Ein Goryo zeigt sich nur vor der Kamera. Eine Webel. Ja, aber da hätten wir Dots. Mh. Obwohl, jetzt sind aber beide hier drin im Auto. Aber es gibt keine Dots. Nee, eben. Eigentlich schließen wir alle aus. Ja, ich würde sagen Gin. Weißt du? Aber meistens ist das aber irgendwas. Na komm dann. Hast du eigentlich mal einen? Ich guckst mir dann zum Hosen. Ja, komm dann. Ich guckst mir dann zum Hosen. Ja, ich würde sagen Gin. Du auch. Nee, nicht egal. Bin ich nicht verloren. Ich muss mich nicht verloren. In Goryo. Du hattest recht. Das war der Kamera gezeigt, ne? Mhm. Das waren Dots, oder? Ja, aber wir hatten nirgends von Dots. Nirgends wo.